servus leute willkommen zu einem duel mit dem kaiser des bin ich ich spiele heute gegen den freddy disk jam ja ich geb mein bestes und wer zuerst drei spiele sind der gewinnt auch das duell als von von der 2 0 grad eben nicht ablenken lassen zwar muskeln auch vermuten genau natürlich und ich habe das spiel seit 5.000 millionen jahren gespielt das dann bloß ganz kurz ich hab's vielleicht mal gespielt das kann es sein ich gebe es zu mir da könnt ihr einfach von so einem misch der kaiser zu einem kanal das seht ihr eine kleinigkeit da drüben habe ich damit sogar augen worden ja ich glaube weil der andere stück gemacht hat nein nein aber das glaube ich nicht als kunst zu null ausgehen nein 50 0 ganz knapp gar nicht ein bisschen der erste Ach komm, ich versetzte es gerade übel. Du musst zu der Frisbee. Und je länger man halt spielt, desto mehr Punkte gibt es auch, ne? Boah, komm! Da stand ich einfach ungünstig. Shit, hätte ich aufladen können. Nein! Du kannst auch Sliden auf Viereck. Ach so? Ja, zur Frisbee hin halt. Ah, okay. Also so, wie ich das gerade mache. Ja, natürlich, das ist halt die Schwierigkeit. Heider nein. Das ist echt schon ganz. Ein knapper Sieg für mich, das ist die Frage. Oh Gott. Ah, nur zwei Punkte. Ehrenpunkt. Nix der. Nein! Wird zerschmessert. Oh Mann. Jo, 1-0, 1-0. Ja. Gleich zum Rematch. Skip Rematch, auf geht's. Warum? Weil du netzleidig. Sei eins mit der Frisbee. Ja, ich bin halt einfach. Ach komm, ich war doch dran. Du Schnitzer. Oh, jetzt. Was war das? Oh. Hä? Das soll ich nicht rumdancen. Weil ich kann mir so auf den Arsch hauen. Geil. Mit L1. Ey, Quatsch, R1. R1. Sorry. Boah, Kacke. Oh. Falsch Richtung. Bahn. Ich hab gedacht, der kommt. Der war voll durchgepfiffert. Der war voll durchgepfiffert. Bumm. Oh, keine Punkte. Ach nee, Falsch Richtung. Wollen wir da mitten rein? Das ist natürlich Peter Freden. Ja, das ist die Stadt, wenn man sich leicht verschätzt. Ja, so zum Beispiel. Stammt! Ja, weder auch. Weder einen Satz. Wir spielen gerade, äh... Ich stelle schon mal auf, dass wir voll viele Spiele spielen, die dir voll... Wo wieder... äh... Die du nicht kannst? Ja, äh... Da kann ich aber nichts für. Haha. Oh, jetzt fühlst du... Zu wenig Spiele... Zu wenig Multiplayer-Spiele. So Mini-Multiplayer-Spiele. Wo man halt einfach für sich hat, sozusagen. Also... Die einfach meinen Stil sprechen. Oh, ja, vorbei. Dann musst du dir halt einfach mal ein Spiel aussuchen, das du kannst. Ja. Destiny. Zum Beispiel. Vorbei. Mittlerweile auch nicht mehr so. Ja, 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 natürlich. 7000 Stunden Spielzeit. Nein, so viel habe ich nicht. Ach, Mann. Ja, Fred. Und das ist 2 zu 0. Das ist die Frage. Nein! Ja. Vorbeigrutscht. 2 zu 0. So. Matchballspiel. Ja. Nein. Jetzt liefere ich nochmal richtig ab. Jetzt mache ich richtig. Jetzt mache ich richtig. Jetzt mache ich richtig. So, Freddy. Halt dich fest. Jetzt mache ich richtig. Boah, kacke. Der war nice. Der war schön. Antizipation. Oh, Mann. Und du weißt nicht, was du tust. Das ist mein Vorteil. Das ist mein Problem, ja. Ach, komm, der war doch eigentlich... Also... Ja, da musst du nur hinsliden. Der kommt, ja. Das war zu spät. Was denn hast du noch gekriegt? Hier, leck mich doch am Arsch. Ja, klar. Boom. Halt. Ach, du Scheiße. Vier Punkte noch. Zack. Nein. Das ist einfach nicht mein Spiel, ey. Es liegt immer nur daran, weil es nicht mein Spiel ist. Spielen ist nicht dein Spiel. Ja. Ich glaube, ich bin... Ja, Leute. Nächsten Mal wohl doch SingStar. Ja, haha. Das wär so krass, wenn ich da dann... Ach, so stimmt. Ich hab bloß ne gewisse Zeit, bis ich werfen muss. Ach, Damm. Nee, ähm, der wirft halt von alleine und dann kommt auch sowas Spaß raus. Ja. Nur dann zu Null. Ich seh das schon. Ich hab grad geschlafen. Was war das? Was? Einfach abprallen lassen. Ich hasse dich. Neigt sich das Spiel schon dem Ende zu. Nein. Ah. Ah. Wenigschens. Dafür ein Ass. Ah, doch nicht. Ein Ass im Arsch. Bama. Das wollte ich hier doch prallen lassen. Oh. Dann halt so. Das war geschlafen. Das war's. 3-0. Ah. Wieder ein Bild. Das an mich geht's den Kaiser. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Otto Freddy. Ja. Auf jeden Fall. Ja, doch. Da sagt er ja. Also. Ciao, Leute. Ciao. 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 Ciao.